Herr Köppel, Sie haben geschrieben als Chefredakteur für dieses Volksbegehren und Sie haben, wie Sie mir gesagt haben, vor der Sendung auch mit Ja gestimmt. Wie fühlt man sich als Sieger und Spinner? Ja gut, ich meine, man muss zuerst einmal die Begriffe klären. Wenn man hier die Berichte im Fernsehen schaut, was jetzt Herr Stegner gesagt hat, ich glaube, ein Großteil der Leute, die wissen gar nicht, worum es da geht bei dieser Abstimmung. Erstens, es geht darum, dass die Schweiz nicht für eine Abschottung stimmt, wie das hier auch der Europaabgeordnete Lambsdorff gesagt hat. Es geht nicht um eine Abschottungsinitiative, das war die Propaganda der Gegner. Es geht einfach schlicht und einfach darum, dass sich eine Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer gegen eine überwältigende Gegenpropaganda gesagt hat, wir wollen selber über unsere Zuwanderung bestimmen. Wir wollen nicht sagen, Brüssel bestimmt über die Schweiz oder jeder Zuwanderer kann selber bestimmen. Wir bestimmen selber Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und wenn ich dann höre, dass Politiker aus Deutschland wie Herr Stegner sagen, das sei eine Spinnerei, eine Verblödung, dann muss ich Ihnen einfach sagen, dann stelle ich einfach fest eine unglaubliche Respektlosigkeit gegenüber diesem demokratischen Volksentscheid. Und ich stelle auch fest, dass ich Herrn Stegner einmal in die Schweiz einladen muss, damit ich ihm einmal erkläre, was eine Demokratie ist. Eine Demokratie, Herr Stegner, heisst, das Volk ist der Chef und nicht der bezahlte Politiker wie Sie. Applaus Applaus